Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Wiese, wenn Sie hier mit so einem Anflug von Selbstgerechtigkeit formulieren in Richtung AfD, Sie wollten sich nicht mit unseren Themen befassen und Sie würden uns vorwerfen, dass wir den menschengemachten Klimawandel leugnen. Muss ich Ihnen sagen, das verkennen Sie. Der Kollege Walczak hat nicht geleugnet, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Das leugnet in Hamburg, in der AfD niemand. Er hat vorhin von Klimahysterie gesprochen, die wir nicht mitmachen. Ich glaube, das ist ein feiner Unterschied, den Sie wahrscheinlich nicht begreifen. Das sehe ich Ihnen an. Und wenn Sie sagen, Klimawandel, Eurobonds, Eurohilfen, Eurorettung und all das, was Sie hier nicht behandeln wollen, das würden Sie hinten anstellen wollen, dann verkennen Sie doch, was Demokratie eigentlich bedeutet. Ja, ich erkenne an, dass wir von der AfD viele Themen so behandeln, wie Sie das für falsch halten. Aber was bedeutet denn das in einer Demokratie, dass Sie nicht darüber reden wollen? Das empfinde ich als eine undemokratische Arroganz. Bei allem Respekt, Ich möchte um beide viermalen ansehen.